Also ich bin jetzt noch nicht so lange bei Borussia Dortmund und weiß, dass Bochum rein geografisch näher liegt als Gelsenkirchen, aber ich glaube, das andere Derby ist dann schon über Jahre das Speziellere und ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwas zu ersetzen. Für uns ist am Wochenende eine wichtige Aufgabe einfach und aufgrund der räumlichen Nähe ist es ein Derby und wir kennen die Wichtigkeit des Spiels für uns, ein Auswärtsspiel. Bochum bis hierhin mit einer sehr, sehr ordentlichen Saison in den letzten Spielen mit guten Ergebnissen, guten Leistungen auch, haben sicher für sich gerade auch so das Gefühl, das Momentum zu haben, um uns schlagen zu können zu Hause und da müssen wir bereit sein und die die Atmosphäre annehmen, die Stimmung annehmen, die Aggressivität annehmen und finde auch unsere sehr ordentliche Tendenz der letzten zwei Spiele dann einfach fortsetzen, was das Fußballspielen betrifft und dann brauchen wir natürlich Ergebnisse, um dann Richtung Winterpause einfach auch dran zu bleiben.